Vincenzo, komm in mein Büro. Na los! Das hier ist Penda, aus Mexiko, hervorragender Stoff. Das ist Bava, anders aber genauso gut. Und das ist Choco, aus dem Erzgebirge in Deutschland. Die ersten beiden kosten dasselbe. 300 pro Gramm sind Freundschaftspreise. Aber der hier ist ein bisschen aufwendiger. Der hier kostet 500 pro Gramm. Aber wenn du ihn schießt, weißt du, warum du was drauf gezahlt hast. Also an den beiden hier gibt's nichts auszusetzen. Das ist wirklich, wirklich guter Stoff. Aber das hier ist der reinste Wahnsinn. Vergiss nicht, ich komm gerade erst aus Amsterdam. Bin ich ein Nigger? Sind wir in Ingelwood? Nein, du bist hier in meinem Haus. Also wenn weiße guten Stoff von schlechtem Stoff unterscheiden können, dann sind das meistens meine Kunden. Mit meinem Stoff nehme ich die Pepsi-Herausforderung mit diesem Amsterdam-Verschnitt jeden Tag auf. Du nimmst den Mund ganz schön voll. Das hier ist nicht Amsterdam, Vince. Hier bestimmt das Angebot die Nachfrage.